Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das war ein Befehl, das war ein Befehl, das war ein Befehl! Das war ein Befehl, das war ein Befehl! Das war ein Befehl, das war ein Befehl! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält. Jahrelang hat das Militärmler Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt. Es hat sehr gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt. Ganzer Rapper erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es war ein ungeheuer Verrat geübtem deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Ich glaube, Sie wollen sie überlassen wollen. Ich glaube, Sie wollen sie überlassen wollen.